ja hallo erst mal wieder herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der tera mit dabei ist der olaf hallo jo wir sind jetzt in der wald enklave und wollen mal wie ihr seht die hornnisse erledigen und hier gibt es auch noch ein schönes monster was wir auch noch töten dürfen können sollten wie auch immer und wir müssen hier lang warte lass mal kurz zum schnellreisepunkt hier gehen mal gucken ob wir da nicht schneller hinkommen auf dem durchlaufen genau dann reisen wir zu da gibt es auch gleich das monster jäger spaltzahn aber das andere ist gleich daneben der der die hornnisse und wohlgemerkt wir sind auf weltstufe 9 jetzt können wir schön einpacken oder die anderen einpacken so wo jetzt lang hier runter oder oder werden eingepackt jo so und das ist jetzt der mensch das ist ein kopfgeld ja na na gut deswegen auch das kopfgeldzeichen weißt ja hier dieses visierzeichen ja 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 so dann muss man hier wieder ein bisschen durchzwängen und dann mal schauen was das so bringt wie er so drauf ist als als opfer oder wie die opfer werden keine ahnung erstmal aktivieren nein nicht da räume die höhle freiwerfen ist ja nicht gerade komm mal da hinten sind schon welche mal kurz aufmarkieren fallen stelle ok bisschen deckung ja gut ich bin drüber wenn bereits sie angelaufen kommen stelle den giftgeschütz auf ne weißt du bescheid gut ich scheiß bereit du scheiß bereit genau ich geb einen knaller hin ohm vielleicht vielleicht ein paar weggenratzt naja so bis jetzt steht jetzt geschlipst dort ja macht ja nichts falls sie sich angelaufen kommen ne stehen wir hier erstmal auf sichererseide ach da kommt die ganze Meute siehste ich glaube sollte man wieder die Waffe wechseln kommen wir kurz nach hinten zu dir hier wieder eine halbe gut so muss man kurz Waffe wechseln das ist Maschinenpistole ne nämlich wieder meine schöne geliebte hier der hatte Frostschutz drauf so so ok na dann können wir ja laufen über der Munition ne falls sie alle ist die Höhle kennst du aber ne haben die Hornes nicht hä haben sie doch nicht schonmal gemacht aber die wurden uns ja noch angezeigt ne dass wir die noch zu machen haben das wundert miche ja falls sie hier haben oder wir wollten hier abends mal rein und dann haben wir gesagt ne ist zu spät wir gehen machen Feierabend ne ja ja dann werde ich von deiner von deiner Flücke laufen da ist eine scharfschütze ja Kein Fanzi Technik, ja. Kein Fanzi Technik, ja. Kein Fanzi Technik, ja. Na, willst du ein Hopperchen machen? Na komm. Oh. Hey. Ich freue mich ja aufs Deco raus. Ich bin wohl glas. Ich bin 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 glas. acordes runter. Ich bin glas. anybody nicht mehr Darth? Es enemies mich wieder. Ich bin glas. Ich bin glas. Ich bin glas. Ich bin glas. Ich bin glas MXG. Ich bin glas. Ich bin glas. So, Schütze Schaft dürfte weg sein. Also jetzt ist weiter da. Ja, sehe ich gerade. Oh, Vorsicht! Zurückzug! Da kommen so viele Giftgeschütz aufstellen, oder? Kommen viele. Ja, Giftgeschütz, ne? Kommen wir so zum Wind hoch. Okay. Giftgeschütz hier auch, wenn man hat. Gift, Granaten. Aha. Das ist jetzt plötzlich so dunkel. Ah, bei der Giftgeschütz, ne? Eine war. Ja. 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 So. Keiner mehr. Je, der kommt. Der kommt da irgendwo, oder? Nee, Tonni sie ist tot. Er muss ihn doch nicht tot bestätigen, ne? Ja. Gott. Wo ist er denn? Lauf über die Munition. Munition, ja, stimmt. Geht er nicht hoch? Gott. Nee, da kam er noch nicht. Dann war er noch nicht dabei. Dann kommt er jetzt erst. Hm. Hm. Oh. So. Da kommen die Nächsten schon. So. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So weit kann man hier gar nicht zurück. Bist du noch da? Ja, ja. Er ist tot. Gut. Jetzt haben wir ihn umgelegt. Aber der Scharfschütze ist noch da. Der hat mich jetzt weiter umgelegt. Du leuchtest schon rot. Ja. Ich weiß gar nicht warum. Ja, weil ich jetzt so zählt habe. Es sind zwei die Schüsse überkreuzen. Wenn du den Schuss gehört hast, dann passiert nichts mehr. Dann ist er ja schon geschossen. Dann muss er es wieder nachladen. Dann kannst du dich bewegen. Dann müssen wir ihn wieder. Dann schauen wir ihn auf. Dann kommen wir ihn. Doch, sie ist nicht die Korb, oder ist das Ende? Ganz weit hinten sitzt er auf der rechten Seite. Der ist sack. Naja, macht nix. Moribu ist er langsam nach vorne. Ja. Einer ist weg. Der andere sitzt da hinten auf. Na, hier sind nur zwei drin. Insgesamt sind es drei. So. Der dürfte weg sein, alle. Ne, 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 das macht nix. Na, ich seh jetzt keinen, ey. Ich hab jetzt zwei Stück kalt gemacht. Na, jetzt. So, jetzt stehen noch drei da unten hinten, da links, da. Gut. Das war's. Ja. Ja. Nur noch den Tod bestätigen, aber wir gucken uns erstmal wieder um, wie immer. Genau. Kommen wir nicht rein, okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Achtung, Tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ehm. Wo eins zu... Na, kam das wohl schon ein bisschen kritisch, weil... ...du kamst ja gar nicht nach hinten raus. Da stand ja immer schon. Geh zurück und führe deine Freundin... ...die feiern hin zu deinen Freunden, du weißt. Ganz kleiner Spielraum war da nur noch beim reinkommen So, aber wir haben ihn erledigt Und dann auf Weltstufe 9 Alter, hättest du das denn mal schon mal gedacht Hätt ich schon mal gedacht Gleich am Anfang Ja klar Wir gehen hier rein und sagen Weltstufe 9 Was ist das Machen wir nieder Jo, so ne Schwierigkeit Haben wir auch gar nicht Warte mal gucken was die Weltstufe 9 ist Ach wir haben noch Belohnung, können wir auch noch abholen Na los, machen wir Zum Eliminieren gedrückt Ne, warte, warte Nein, ich wollte es machen Ich wollte die Weltstufe 9 die Belohnung abholen Achso Die meinte ich Achso Wir spielen jetzt auf dem Spielkatzgrad rasend Rasend Ja, Weltstufe 8 war unsterblich Ja Ja So und Stufe 10 haben wir schon Ja, fast ein Viertel geschafft Mhm Gut So, damit wir Zuschauer auch sehen können Oder unsere Zuschauer Die werden ja illuminiert Bei dir sehen sie das ja nicht, glaube ich Doch, das sieht man Ja Ja, ob ich das sehe Ja Okay, na gut, dann kannst du Ne, das bin ich Das bin ich Immer, in dem Video bin's immer ich Achso Das bin ich das sehe Naja, wenn du ihn erschieße Wenn du ihn erschieße Nein, 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 nein Warte doch mal Wenn du ihn jetzt erschieße würdest Dann würde ich mich sehen, nicht dich Nicht dich, richtig, richtig Ja, das meine ich, genau Ah ja, genau Kurze Rede, lange Sinn So, komm Kurze Rede, lange Sinn Lange Rede, kurze Sinn Ja, äh Hier war bestimmt Schnellreisepunkt Ja Wo haben wir denn den Schnellreisepunkt? Nach da unten Der Haken zeigt In der Richtung Ja Wo wir gerade hergekommen sind Muss hier In der Hülle war das irgendwo Ach, hier oben ist das Outrider-Symbol Pitsche Patsche Pitsche Patsche Pitsche Patsche Pitsche Patsche So Und dann mal gucken, wohin Ach, zu Bessie, genau Machen wir gleich mal hier den Spalzer, ne Den machen wir gleich mal mit Den Spalzer, aber Ja Es ist 3-4-10 Ja Ja, jetzt Ja, ja Kann ich ja Teilen, weißt Mh So, ja Dann machen wir kurz Schluss Für die Aufnahme Ansonsten, ne Ja Ihr wisst ja Bescheid, ne Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Und so, ne Und Glocke Und Abo Und so Na dann Bis zum nächsten Mal Bis zum Spaltzahn Bis zum Spaltzahn So Trü 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 Trü